Hi, ich bin Stefan und wir blicken heute einmal nach England. England hat gerade seine M2 Geldmengendaten veröffentlicht zum Juni. Ich hatte ja vorab ein Video gemacht, was sich die Geldmenge angeschaut hat und man hat gesehen, dass sie die Geldmenge reduziert haben. Und dazu gibt es jetzt News und zwar haben die die Geldmenge wieder erhöht und das will ich dir heute einmal zeigen. Ich mache Turnarounds Trading seit ungefähr 20 Jahren und will hier so viele von euch irgendwie mitnehmen. Das heißt, ich zeige euch, wie ich investiere und was ich hier so mache. Und wenn du dich dafür investierst, dann lass doch ein Abo oder ein Like da. Und ja, jetzt starten wir aber voll durch. Wie wir hier sehen können, ist dieser Einbruch bei M2, also der Geldmenge des wirklich verfügbaren Gelds, was so im Umlauf ist, war ja relativ stark zurückgegangen hier an der Stelle hier im Mai und auf jeden Fall nicht weiter gestiegen. Und meistens ist es eigentlich so, dass die Geldmenge steigen sollte über die Zeit. Und wie wir jetzt aber sehen können, haben sie jetzt im Mai nachgesteuert und haben, ja, also an sich einfach ihre Politik von vorher fortgesetzt. Es ging nicht weiter nach unten. Es hätte sich jetzt hier ja auch so ein Abwärtstrend einrichten können. Und dann wären wir halt wahrscheinlich in ein deflationäres Szenario geschossen. Aber alles gut soweit. Blicken wir einmal noch auf die anderen Länder. Also in den USA sehen wir, die Geldmenge ist sehr gleich geblieben im Juni. In Deutschland wurde sie leicht erhöht. Die Deutsche Bundesbank, die ist bei ihrem, naja, sehr kontinuierlichen Spektrum weiter einfach fortgeschritten. Ja, in China hatten wir auch hier so ein Plateau und so eine kleine untere Bildung gehabt. Aber auch hier sehen wir, dass sie jetzt die Geldmenge wieder erhöht haben und in Frankreich ganz genauso. Also kurzum, die Geldmengenversorgung ist eigentlich in allen großen wichtigen Märkten aktuell konstant oder halt in Ordnung. Und deswegen gibt es diesbezüglich momentan eigentlich keinerlei Grund zur Beunruhigung. Wir gehen also weiter eher den inflationären Weg und ja, du musst halt gucken, dass du deine Assets dementsprechend anpasst. Um es einmal kurz zu sagen, im inflationären Szenario ist es halt so, dass du dein Geld eher in echten Wertgegenständen anlegen solltest, weil diese halt im Laufe der Zeit von der Inflation profitieren. Also klassische Werte wie Immobilien, Aktien, Gold sind alle ganz gut. Was schlecht ist, sind Bargeld und auch Anleihen. Das Problem bei den Anleihen ist, dass die Zinsen momentan einfach zu niedrig sind. Ansonsten könnte es auch sein, also wenn man jetzt, wenn die Zinsen fallen im Laufe der Zeit, dann ist es eigentlich ganz gut, wenn man in Anleihen investiert. Aber dieser Punkt, der ist schon lange überschritten und deswegen meiner Meinung nach momentan nicht mehr sinnvoll. Dann hoffe ich, dass du gute Entscheidungen trippst. Du kannst jetzt nochmal hier schauen. Ich blende dir jetzt nochmal drei Möglichkeiten ein. Möglichkeit 1 ist, du guckst dir meine aktuellen Investments an. Die Playlist findest du ganz oben. Da drunter siehst du die Playlist mit meinen Lernvideos. Also wenn du irgendwie zu gewissen Themen was haben willst, findest du diese Playlist dort. Und dann noch ein drittes Video, von dem YouTube denkt, dass du das interessant finden könntest. Also bis dahin und ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!